so mein lieben tarot freunde und freundinnen es ist dieses erst das erste video einer neuen playlist einen neuen projekt dass ich mir in den kopf gesetzt habe und zwar möchte ich euch oder mit euch zusammen ja auch jeden tag wieder tarot karten ziehen für mich selbst und später auch für das kollektiv für die menschheit wie bei den ruhen und ihr seid ja gerne eingeladen mit mir auf diesem weg zu wandern und wünsche ich viel unterhalten beim zusehen oder beim ansehen der videos so und die erste karte die ich heute bekommen habe ist der hangman der gehänkte so das ist eine major arcana card das heißt also dies wichtig die hat gewichtung ich mache auch in zukunft noch mehr videos zu den großen und den kleinen arcana aber alles nach dem anderen eins am anderen und alles ganz entspannt wie immer der gehänkte ist kompromisse und martyrium darum geht es beim gehänken um sacrifice also um aufopferung für das höhere selbst für das höhere wohl darum geht es bei dem gehänken und ja das ist meine bundes nein nicht meine das ist meine tarot karte des tages also vielen dank fürs zusehen vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten video